OT ist die neue Grenze für Cybersicherheitsbedrohung. Bidirektionaler Netzwerkverkehr wie von Switch-Spam-Ports eröffnen Schwachstellen durch eingehende Bedrohungen. Wir nehmen uns mal das Beispiel des Corporate-Netzes. Ein Hacker erlangt Zugriff zum Netzwerk über ein OT-Switch und gibt seinen Payload über diesen Switch dann weiter. Dieser abgegebene Payload verbreitet sich dann weiter über das OT-Netzwerk. Die Lösung hierfür sind unidirektionale Datendioden-Tabs. Die Datendiode wird einfach zwischen den zwei OT-Switchen positioniert, sodass der Monitoring-Grafting rausgehen kann, aber die Angreifer nicht ins OT-Netz gelangen können. Untertitelung des ZDF für funk, 2017